Ja, wir sind hier bei Mäcki. Kann ich das einfach so sagen, Mäcki? Richtig, Kinderzauberer Mäcki, richtig. Der Kinderzauberer, das ist für mich eine Premiere. Ich habe noch nie einen Kinderzauberer erlebt. Was macht ein Kinderzauberer? Ein Kinderzauberer hat sich auf Kinderzauberei spezialisiert, also extra für Kinder, das Programm. Ist extra gemacht, das heißt, die Kinder machen mit, lachen und werden mit integriert in das Programm. Also es ist mir sehr wichtig, dass die quasi mitmachen bei der Zauberei. Das heißt, die Kinder werden sozusagen von dir schon mal so ein bisschen auf das ganze Zauberwesen eingestimmt, damit sie später auch mal sowas machen können wie du? Ja, also das ist natürlich ein Wunsch, aber ob das letztendlich so wird, das muss man mal sehen. Aber der eine, der hat schon Interesse daran und der andere auch. Und dieses Jahr gab es auch schon, oder letztes Jahr gab es schon mal einen Zauberkasten zu Weihnachten. Also momentan läuft es. Der Mäcki hat auch einen richtigen Namen, der heißt nämlich Christian. Genau. Das ist ja ein Mäcki und da hat sich das ein bisschen angeboten. Dann sage ich, wenn ich Zauberer werde, dann nenne ich mich Mäcki. Genau, also das war immer die Überlegung, soll ich einen Künstlernamen oder soll ich einfach mit Christian zaubern? Und dann kam ich dann irgendwann mal auf Mäcki. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Wie ging es denn los? Ich meine, ich glaube, als Kind schon war das für dich immer ein Thema. Genau, also mit acht Jahren habe ich auch zum Geburtstag einen Zauberkasten geschenkt bekommen. Den Zauberkasten, den habe ich dann ausprobiert und dann ging das in der Grundschule los, dass ich da schon was vorgeführt habe. Und ja, das hat irgendwann die ganze Zeit mein Leben begleitet, wo ich dann auch in Köln mal eine Zauberschule besucht habe. Und ja, dann hat sich das so entwickelt. Konnte man da auch vielleicht schon mal so ein paar Noten, wenn die nicht ganz so gut waren, verzaubern aus Schlecht macht gut? Ja gut, also das war natürlich immer der Wunsch, aber das geht natürlich nicht. Da musste man da auch schon ackern dafür. Ich kann mir vorstellen, dass man allein von der Kinderzauberei nicht so leben kann. Du machst auch noch was anderes. Also ich mache das nicht hauptberuflich, ich mache das nebenberuflich, aber schon so auf professioneller Basis. Ich mache hauptberuflich, bin ein statisch geprüfter Betriebswirt und arbeite in einem Großhandel in der Logistik. In der Logistik, ich glaube, das ist eher ein bisschen trocken und das andere ist dann so ein bisschen Abwechslung? Genau, ja, also das ist natürlich komplett was anderes, aber das macht mir einen Riesenspaß. Und bin am Wochenende auch öfters mal unterwegs, aber das macht mir halt auch Riesenspaß, mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, so berühmt wirst durch unseren Beitrag, dass du ständig auf der Bühne bist, dann müsstest du irgendwo eine Priorität setzen. Ja, natürlich, also Prioritäten muss man setzen. Klar, Arbeit, Familie, Zaubern muss man irgendwie ein bisschen zusammenfügen, aber ja, das klappt. Wir können den Becci live erleben in der Kulle am Sonntag, nächste Woche schon, ne? Genau, am 22.01. gebe ich zwei Vorstellungen, einmal um 14 Uhr und einmal um 16 Uhr. Richtig. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch Karten? Da gibt es noch Karten für im Vorverkauf in der Citybuchhandlung, über meine Homepage kann man bestellen oder später auch, wenn noch Karten übrig sind, an der Tageskasse. Dann wollen wir doch mal gucken, was der Mäcki dann so machen kann. Ja. Was er zaubert, also ich würde mich freuen, einfach mal so ein paar kleine Tricks zu sehen. Ja, sehr gerne, können wir gerne machen. Okay, ich bin gespannt. Also Kinder, ich habe euch heute ein Bild mitgebracht, das habe ich extra für euch heute gemalt, für die Zauberverstellung. Guckt mal, wie toll das geworden ist. Ist das nicht toll geworden? Sag mal, also ich muss mich entschuldigen, das ist natürlich nicht das Bild, das ist ja, also ich habe euch nämlich gerade, das ist nämlich hier die Rückseite, die Rückseite ist natürlich nicht die Vorderseite, die Vorderseite ist nicht die Rückseite. Guckt mal, guckt mal, wie toll ich das bunt ausgemalte habe. Ist das nicht toll geworden? Also, sag mal, sag mal, könnt ihr die Zauberfarbe, äh, könnt ihr, also ich muss euch was gestehen, ich habe nämlich heute extra Zauberfarbe genommen, damit das schneller geht. Könnt ihr die Farbe nicht sehen? Nein! Also, und zwar, also ich habe nämlich heute ganz schnell Zauberfarbe genommen, passt mal auf, ich habe extra meine Zauberfarbtröte mitgebracht, das ist meine Zauberfarbtröte, und da dröte ich einmal drauf und dann könnt ihr das nämlich aussehen. Passt mal auf, bei drei, eins, zwei, drei, oh nein, Kinder, jetzt, also die Zauber, ich glaube, die Zauberfarbtröte ist leer. Wir machen folgendes, ihr greift mal alle in die Luft, schnappt euch ein bisschen bunte Farbe, haltet die gut fest, und dann tun wir so, als wenn wir bunte Farbe hier reinschmeißen, okay? Wir fangen bei dir an, schmeiß mal ein bisschen bunte Farbe rein, und jetzt du, ich schmeiß mal ein bisschen rein, aua, ey, boh, nochmal bitte, sehr gut, und jetzt du, und jetzt du, ey, boh, nochmal, sehr gut, und jetzt bei drei, eins, zwei, oh nein, jetzt ist meine Zauberfarbtröte kaputt. Aber wisst ihr, was wir machen? Ich habe, glaube ich, noch was dabei, und zwar, meinen Zauerschal, den ziehe ich mal an, ey, ich ziehe dir nicht an, wir machen folgendes, dann greift noch mal alle in die Luft, schnappt euch ein bisschen bunte Farbe, haltet die bunte Farbe von weit fest, und bei drei, schmeißt ihr ganz viel bunte Farbe hier drauf, okay? Eins, zwei, drei, schmeißt du hier drauf, was, 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 right, hey, super, okay, perdon W tombt, wir machen jetzt folgendes, Wir drehen das einmal um, damit es ein bisschen spannender wird. Und jetzt darfst du nämlich einmal schön hier das Bund ausmalen, okay? Sehr. Super. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einmal den Zauberstab. Weißt du, was das für ein Zauberstab ist? Der heißt Luftikus-Zauberstab. Und weißt du, warum der Luftikus-Zauberstab heißt? Weil das Luft... Genau, weil da Luft reingehört. Genau, ich puste das mal hier rein. Achtung, eins, zwei, drei. Sehr gut. So, dann hältst du das einmal fest. Und gibst du einen Zauberspruch? Nein. Hokus-Bokus. Hokus-Bokus, genau. Okay, bei drei sagen wir alle zusammen den Zauberspruch. Eins, zwei, drei. Hokus-Bokus. Aua, ey. Warum rauskriegst du? Nein, 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 nein. Okay, pass auf. Wir machen folgendes. Du stell dich einmal hier hin und dann kannst du einmal hier drauf drücken mit dem Zauberstab. Genau hier bitte. Abracadabra, Simsalabim, Hokus-Bokus-Fidibus. Und wir gucken mal nach, ob es geklappt hat. Wow. Ui. Ey, das ist ja richtig toll geworden. Wollt ihr das mal sehen? Ja. Okay, dann dreh ich es einmal um. Guckt mal, wie toll das... Nee, du musst das... Andersrum drehen. Okay, aufhalt rum, aufhalt rum. So, natürlich. Guckt mal, wie toll das geworden ist. Andersrum drehen? Ja. Okay, ich dreh mich einmal um. Guckt mal, wie toll das geworden ist. Ach, du meinst... Andersrum. Ach, so rum, okay. Nein, andersrum. Ach, du meinst das Bild einmal umdrehen? Ja. Dann mach ich da rum Kopfstand, oder? Oder meinst du nur das Bild? Nur das Bild. Okay, guck mal, wie toll du das gemacht hast. Wow. Ui. Ey, ein Riesenapplaus für die Assistentin. Das hast du super gemacht. So, dann... Magst du noch was sehen? Weil ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Die darfst du so mitnehmen. So, ich stelle das mal hier an die Seite. Genau, und hier ist das super. Ich habe nämlich noch hier was mitgebracht. Und zwar, ich habe nämlich ein Zauberball mitgebracht. Hast du schon mal ein Zauberball gesehen? Ich lege den mal hier an die Seite, den du verlangst. Weil wir brauchen nämlich jetzt mal deine zwei Hände. Und zwar, weißt du, was das für ein Zauberball ist? Ein roter Zauberball. Und weißt du, was man machen kann? Wenn man nämlich den roten Zauberball nimmt, dann hat man nämlich zwei Zauberbälle. Und guck mal, die können auch hin und her springen. Pass mal auf, bei zehn. Bei zehn runtergezählt, achtung. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, ein. Dann springen die rüber. Und pass mal auf, mit welchen Zauberball möchtest du zaubern? Zeig mal auf einen. Mit dem hier. Wow. Pass mal auf, dann machen wir ein Runden. Den geben wir jetzt hier rein. Und den, den hältst du gut fest. Ja, nicht mit dem Finger rein. Und jetzt deine andere Hand da drunter halten. Deine andere Hand da drunter halten. Sehr genau. Und jetzt werde ich probieren, den Ball aus deiner Hand rauszuklauen. Okay, aber schön zulassen die Hand. Und dann wirst du merken, wie der raus springt. Achtung, eins, zwei, drei. Hast du gemerkt, wie ich den ausleihen... Hast du das nicht gemerkt? Okay, wir machen nochmal. Also, weiter. Eins, zwei, drei. Hast du gemerkt... Hast du das nicht... Immer noch nicht? Okay, wir machen folgendes. Ich hab ein bisschen Zauberseins dabei. Guck mal, das ist mein Zauberseins. Oh nein, jetzt hab ich was falsch gemacht. Weißt du was? Ich hab nämlich jetzt gerade den Ball aus meiner Hand rausgezaubert. Und mach mal deine Hand auf. Wow. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Dankeschön für deine Hilfe. Einen riesen Applaus für dich. Applaus 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 Applaus